Die finden Abkürzungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, das sieht ja jetzt hier sehr ulkig aus mit dem einen Steinchen. Jetzt werden wir wirklich irgendwann mal einen Tunnel bauen. Der einfach nach oben geht. Oh, ihr seid hier fertig. Dann macht hier weiter. Okay. 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 Now, now look. Wie sieht´s hier aus? Hier können wir jetzt so weit... So weitermachen. So. So. Also wenn wir mal etwas hochgehen, es sieht wirklich immer flacher aus. Und die Kamera bringt uns runter. Was auch immer das hier zur Hölle gibt. Und du geh mal Steine einsammeln. So. Jetzt kannst du weiter. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Oh, ihr seid auch wieder fast fertig Oh, dann kann ich mal fragen, das probieren. So, schmal und... Ah, eins zu wenig. So. Genau. Ah, perfekt. Für euch genauso... Ach, dat, bitte. So. Gut. Habt ihr wieder zu tun? Die haben zu tun. Jetzt wird es doch toll, wie sie manchmal Steine aufsammeln, manchmal nicht. so eine ebene noch dann ist hier wieder in die dann haben wir den ersten teil abgeschliffen und ja holz haben wir hier noch mehr als genug wir später dann zum bauen der burg brauchen wir machen das ganze ja hier nicht nur zum spaß um hier sondern um einen riesigen burgbauplatz zu schaffen für unsere eigentliche burg wir sitzen jetzt schon 40 stunden am vorbereiten also ich tippe dass wir da noch weitere 10 20 stunden rein investieren müssen bis wir den bauplatz fertig haben wahrscheinlich werden sich einige von euch schon längst langweilen oder gar nicht mehr zugucken aber ich dachte ich mache das mit euch zusammen dass ihr auch seht wie ich vorgehe und was so passiert was für komische sachen die brückwärts veranstalten ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, die Trampe ist schon mal weg. Bis auf das hier oben, aber das dürfte dann auch irgendwann wegfallen. Ist ja nicht wirklich stabil oder so. So, wie macht ihr euch hier? Ach, ihr füllt ganz gut auf. So, wie macht ihr euch hier? So, wie macht ihr euch hier? So, alle Mann jetzt an den Neuen. So, jetzt tragen sie oben erst einmal die Schicht ab. Oh, haben schon das erste Stück Treppe gebaut. Verlieren schon die ersten Steine. Auch gut. Ich hab vollstes Vertrauen in sie. Irgendwie. Bin es interessant, dass sie hier oben nicht auffüllen wollen. Das ist doch eigentlich näher. Aber man merkt, das Föhn geht erstens schneller, weil es nur eine Schicht Holz ist. Und weil es jetzt mittlerweile so hoch ist. Das ist doch nicht so hoch ist. Das ist doch nicht so hoch ist. Das ist doch nicht so hoch ist. Oh, sie haben die Tickschicht ab. Also ja, das wird garantiert werden. Ich glaub daran. Oh. Okay. Okay. Du wechselst mal. Reisen. Denn wir haben jetzt wieder so viel Steil. Dass wir umswitchen können. Ein bisschen. Verhandeln wir stehen. Sehr schön, es bleibt irgendwie immer ein Stein übrig. So, dann können wir hier schon mal rüber. Und ihr könnt hier rüber. Ach, das wird so vieles Guten. Ja, es wird mal wieder dunkel, das heißt Sichtverhältnisse sind schlecht. Schlecht. Schlecht.